Mich begeistert, wenn Menschen Leidenschaft und Passion haben für das, was sie machen, egal in welchem Bereich. Wenn man sieht, sie brennen dafür und sind mit Esprit dahinter. Das sorgt bei mir für Respekt, aber auch begeistert mich dann auch selbst und kann mich anstecken. Es macht mir Spaß, Dinge zu bewegen und das ist die Hauptmotivation für mich. Sachen zu bewegen, etwas zu gestalten. Direkt an meiner Arbeit beziehungsweise meinem Beruf gestalte ich eben gerne auch optisch mit. Ich gestalte gerne Standorte und habe dabei auch einen hohen ästhetischen Anspruch. Die Herausforderung dabei ist natürlich diesen ästhetischen Anspruch letztendlich auch mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen. Notwendigkeiten, die ich einerseits selbst sehe, aber auch welche, die an mich beziehungsweise meiner Aufgabe vorausgesetzt sind. Hürden zu überwinden, für die ich selbst nicht direkt eine Lösung habe, das ist das, was mich am Ende immer antreibt, was mich reizt und solche Herausforderungen dann zu meistern, das ist auch das, was mich stolz macht. Karriere ergibt sich, denn auch ich habe sie nicht geplant. Ich hatte sie immer vor, aber ich habe sie nicht geplant, sondern ich habe sie so, wie sie sich mir geboten hat, dann aber zu 120 Prozent genutzt und damit hat sie sich ergeben. Stil ist eine Sache, die von innen kommt. Das ist eine Frage der Ausstrahlung. Wie lebt jemand sein Leben? Ist er das? Und das drückt sich in Verhalten aus, im Umgang mit anderen, in Kleidung etc. Aber es kommt von innen. An Abaci gefällt mir die klare Identität und auch die Leidenschaft, die hinter dem ganzen Gesamtprodukt Abaci steht.